Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zum 14. Teil Let's Play BMH. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und mit mir zusammenschaut, wie wir weiter in der Regionalliga vorankommen. Wir sind ja letzte Saison aufgestiegen und haben im ersten Spiel direkt den 1. FC Saarbrücken bezwungen, den haushohen Favoriten, und müssen jetzt gegen die Mainzer ran, FSV Mainz 05. Keine Ahnung, was die da unten machen in der Liga. Sind da irgendwie reingeschlittert anscheinend. Gucken wir mal bei der Aufstellung, ob da alles in Ordnung ist. Hier können wir sicherlich nochmal ein bisschen was verbessern. Der Dogan, der müsste eigentlich wahrscheinlich ein bisschen zurückgezogener spielen. Der will eigentlich hier außen spielen. Ja, dann machen wir es so. Ist ja noch besser. Mal gucken, dass die alle auch da spielen, wo sie möchten. Sonst, das ist ja alles kein Zweck hier. Oh, ne, der will auf jeden Fall hier irgendwo links außen spielen. Da muss man ein bisschen rumdoktoren hier. Die wechseln wir vielleicht auch mal. Ändert das was? Ja, ein bisschen besser als vorher. Okay. So, Taktik können wir, denke ich, mal so defensiv lassen. Und dann bin ich mal gespannt, was wir hier gegen die Mainzer reißen können. Direkt ein Freistoß für uns und ein Elfmeter für uns. Und 1 zu 0 durch Digita, unser anderer Spieler. Zweites Spiel, zweites Tor, so kann es weitergehen. Und wir sind jetzt auf jeden Fall am Ball und machen das 2 zu 0. Braun. Kein Gegentor. Schön. Zweiter Platz. Und der nächste Gegner ist Fortuna Köln. Die Kölnchen Jungs. Was soll ich gucken? Hier, Stärke. Stärke 38. Die sind auch nicht so schlecht unterwegs. Was machen die Sponsoren? Oh, hier. 13.000 nehmen wir an. 12.000. Alles über 10.000 sollten wir annehmen. So. Prinz-Fermarkt brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Da sollte sich unser Konto erstmal ein bisschen akklimatisieren. Wir haben ja auch ein Signalhämpchen wieder an. Keine Ahnung, was das ist. Aber eins geht, denke ich mal, auf jeden Fall. Halfeld ist im Sturm drin. Ja. Packen wir mal den Idris Hur rein. Der Halfeld hat ja zweimal gespielt und noch nicht getroffen. Aber Hauptsache, wir gewinnen. Wir haben Heimspiel. Machen wir mal einen Euro teurer. 21.000, mal gucken. Äh, 21.000 Euro. Oh, direkt ein Elfmeter für uns und 1 zu 0. Heim. Oh, oh. Eine Chance wieder für die Kölner. Aber unser Torwart hält. Oh, jetzt sind die Kölner doch am Drücker. Aber bis jetzt ist es noch gut gegangen. Oh, schon wieder. Und dann machen wir das 2 zu 0. Dogan. Das ist eine perfekte Torausbeute. Kann man nicht anders sagen. Perfekt. Vier Chancen vorm Gegner. Kein Tor. 2 Chancen für uns. 2 Tore. Das sagt, glaube ich, alles. Charizanes wird sich nächste Woche für einen neuen Verein entscheiden. Und der Berger auch. Okay. Hier wollen wir ja beide loswerden. Für Charizanes gibt es ein Angebot von Westfalia Herne. Der will 13.000 DM ablöse, weil er da weniger verdient. Das ist, denke ich mal, in Ordnung. Formen wird sich auch nächste Woche entscheiden. Okay. Oh, ein Sponsor zahlt in 100.000 DM für den 10. Tabellenplatz. Jeder noch bessere Platz erhöht die Prämie um den gleichen Betrag. Heißt, da können wir eine Million theoretisch generieren, wenn wir Erster werden. Das ist natürlich ein großer Batzen. Hier nehmen wir nochmal einen Sponsor an. Okay. Was machen die Verträge? Kann man irgendwo am Gehalt was drücken? Nee, das ist, denke ich mal, größtenteils so okay. Nehmen wir mal bei den Großverdienern hier. Ja, bei dem könnte man höchstens nochmal auf zwei Jahre gehen. Haben wir 2.000 gespart. Der nächste Gegner ist Rot-Weiß Essen. Die Essener sind Letzter. Drei Niederlagen. Alle drei Spiele verloren also. Da muss da jetzt ein Sieg nochmal drin sein. 26 Punkte haben die. Da können wir vielleicht auch einen Tacken offensiver spielen. Gehen wir mal ins Spiel. 3.900 Zuschauer. Direkt eine Chance für uns. Aber noch passiert nichts. Aber jetzt gehen die Essener sogar in Führung. Ach herrje. Ach herrje. Oh, nicht, dass die hier noch erhöhen. Komm, wenigstens ein Ausgleich. Nee, und das verlieren wir jetzt. Gegen die Favoriten gewinnen wir und gegen, naja. Ist dann halt so. Wat? Wat? Für den 4-Man bietet Hoffenheim 300.000. Alles klar, sowas von weg. Sowas von weg. 400.000 jetzt unser Kontostand. Das ist ja mal der Hammer. Puh, das tat natürlich gut. So, haben wir hier noch jemanden Interessanten. Wo müssten wir denn vielleicht nochmal nachbessern? Sturm ist, denke ich mal, erstmal so in Ordnung. Mittelfeld ist auch super besetzt. Abwehr. Abwehr könnten wir was um die 40 gebrauchen. Oh, hier der Grabo und der Dörflinger, die beiden. Boah, wenn wir die kriegen könnten. Boah, wenn wir die kriegen könnten. Gerade der Grabo mit 390.000 ist ja quasi geschenkt. Und der Dörflinger, komm, bei dem bieten wir auch nochmal mit. Und schwupp, wir haben ja jetzt ein bisschen was gekriegt. 300.000. Und der war vorher von Anfang an bei uns dabei. Der hat sich einfach so weit hochgearbeitet. Das ist natürlich richtig geil. So, jetzt geht es gegen den VfL Osnabrück. Die sind über uns. Sind stärketechnisch im Durchschnitt. Gehen wir doch mal bei der Taktik wieder auf Defensiv. Da sind wir jetzt dreimal gut mitgefahren. Und einmal auf die Schnauze mitgefallen. Heimspiel. 9 Euro runter. Ausverkauftes Haus. Und Chance für Kirchheim. Und Osnabrück geht in Führung. Das wird jetzt eng. Da läuft uns die Zeit davon vielleicht jetzt. Ja, wenigstens der Ausgleich. Puh, Schwein gehabt. Zweiter Platz. Da rutschen wir sogar noch einen hoch. Optimal. So, 565.000 ist unser Kontostand. Das ist doch mehr als ordentlich. Gucken wir mal, ob es da für die anderen Spieler mittlerweile Gebote gibt. Grabo Döfflinger, die beiden waren das. Bei beiden nicht. Das wäre natürlich geil, wenn wir die zu diesem Kurs kriegen könnten. Ja, was machen wir? Aufstellung. Sieht gut aus. Schwuppdiwupp. Alles klar. Was macht denn hier das Darlehen? Ups, mal eben in die Bank. Bereits gezahlt 472.000. Also, da zahlen wir auf jeden Fall noch ein bisschen zurück. 4 Millionen müssen da wahrscheinlich noch offen sein, oder? Würde ich jetzt mal so interpretieren. Aber gut. Weil das Stadion bald ausgebaut ist. Was mir aufgefallen war, bei dem Block C hatte ich 1000 Plätze gesagt. Ja, ich glaube, die habe ich nicht erweitert, sondern einfach nur die Überdachung und die Sitzplätze zu den vorhandenen Plätzen hinzugefügt. Also, wir werden da volumenmäßig keine Ausweitung des Stadions kriegen. Aber bei dem anderen Block da schon. So, es geht gegen den SC Ferl. Oh, zweite Chance schon für die Ferler. Dritte Chance. Von uns noch gar nichts. 4 zu 0 Chance. Das kann ja auch nicht wahr sein. Können wir froh sein mit dem... Oh, das wäre es gewesen jetzt noch. Können wir mit dem 0-0 mehr als zufrieden sein. Das ist okay. Wir sind auch richtig weit oben dran. Wir haben jetzt in sechs Spielen gerade mal eine Niederlage. Wer hätte das vorher gedacht? Ein Werbevertrag mit Optionen lief aus. Spieler Voronin und Scarabella sind interessante Spieler. Dann schauen wir mal. Also, neues Angebot. 12.000 nehmen wir mit. 10.000 nehmen wir mit. 10.000 nehmen wir auch mit. Der ist kündbar. Ne, den wollen wir aber noch behalten. Option. Wollen wir verlängern? Ja, 11.000er war das. Wollen wir auf jeden Fall verlängern. Wie lange braucht denn der Ausbau überhaupt noch? 16 Wochen und 22 Wochen. Okidoki. So, es geht gegen Borussia Dortmund. Die Amateure. Die sind mit uns aufgestiegen. Die haben jetzt doch deutliche Probleme in der Liga. Sind stärketechnisch auch ganz unten. Mit einem Durchschnitt von 19. Wir haben ein Heimspiel. Gehen wir nochmal einen Euro hoch. Obwohl, gegen den letzten werden nicht so viele kommen. Gehen wir mal auf 19 Euro sogar. Oh, sind auch nur 5.000 Zuschauer da. Aber direkt als 1 zu 0. Den 5.000 bieten wir jetzt einfach mal eine schöne Show, will ich hoffen. Ach, fast das 2-0. Oh, und da ist es. Digita mit seinem dritten Tor. Nach seinen zwei Toren zu Saisonbeginn war dann auch ein paar Spiele erstmal nichts mehr von ihm zu sehen. Aber jetzt ist er wieder da. Ein paar Chancen haben die Dortmunder, aber nichts zwingendes. Aber jetzt doch der Anschlusstreffer. Aber es reicht nicht. Wir gewinnen 2 zu 1. Es ist hier oben dicht gedrängt, wie man sieht. Bis zum achten Platz 10 Punkte. Sind gerade mal 4 Punkte Vorsprung, die wir haben. Danach 13, 13, 12 Punkte. Ist eine enge Kiste. Einen Favoriten oben gibt es. Das ist 4FB Lübeck. Die sind schon 5 Punkte vor dem zweiten. LOL. Spieler fickert. Alles klar. Was soll der kosten? Ist zu teuer auf jeden Fall. Grabo, Dörflinger. Gucken wir bei denen nochmal. Immer noch keine anderen Gebote. Ja, vielleicht können wir da ein Schnäpperchen machen. So, dann. Gucken wir mal. Der nächste Gegner ist der VfL Wolfsburg. Die sind Zweiter. Uiuiui. Das wird hart. Die sind nämlich Stärke. Von der Stärke her. Boah. Im Durchschnitt von 82. Oh mein Gott. Ja. Dann. Gute Nacht. Keine Ahnung, was passiert. Wir gehen mal ins Spiel. Und eine Chance für uns. Kaum zu glauben. Und das 1-0 für uns. Hahaha. Geil, geil, geil. Oh nein. Das ist aber doch der Ausgleich noch. Aber egal. Unentschieden. Boah, richtig gut. Da bin ich mehr als zufrieden mit. Dörflinger wird sich nächste Woche entscheiden. Und Grabo wird sich jetzt entscheiden. Go Grabo. Jawohl. Und er kommt. Da haben wir noch einen Juten-Abwehrspieler dazu bekommen. So, Grabo kommt rein für den Bock. So. Haben wir noch jemanden auf der Transferliste? Nein. Dann sollten wir den Gehling jetzt nochmal drauf packen. Und den Berger. Den wollten wir doch vorhin schon mal loswerden. Das reicht, denke ich mal. Okay. Wir haben ein Heimspiel gegen Erfurt. Die sind Dritter. Dann gehen wir, guck mal, hier gehen wir hier auf 22 Euro. Sollten wir schon nehmen können eigentlich. Sind von der Stärke gar nicht so gut. Aber egal, die sind weit oben. Mal gucken, wie viele Zuschauer kommen. 6.900. Okay. War vielleicht dann doch einen Tacken zu hoch. Aber egal. Das 1 zu 0 in der 70. Minute. Und dabei bleibt es. Yes. Vierter Platz. Also wir festigen uns da oben. Auf dem dritten. Ne, wir sind punktgleich mit dem dritten. 18 Punkte. Und Dörflinger entscheidet sich. 29-Jäger. 45-Jäger-Stärke-Abwehrspieler. Und auch der kommt. Und das Konto war zwar wieder dick im Minus. Aber dann können wir doch noch jemanden draufsetzen. Setzen wir den Mbock nochmal mit drauf. Obwohl. Ne, den lassen wir nochmal. Obwohl. Dann haben wir ja den Gerlach als Backup. Ne, dann packen wir den Mbock drauf. Der sollte auch richtig Kohle geben. Und für den Gerlach kommt der Dörflinger direkt rein. Und der Gerlach geht auch für den Mbock auf die Bank. Und den tauschen wir hier. Okay. Okay. Der Vogel ist mittlerweile ein bisschen heiß hier. Oder erschöpft. Aber da muss er jetzt mal durch. Eintrittspreis ein bisschen runter nochmal. Und der nächste Gegner ist der Dresdner FC. Gucken wir mal, wie wir uns gegen die schlagen. Ja, könnte was drin sein. Schauen wir mal. Direkt eine Chance für uns. Und eine zweite. Und kein Tor. Und Digita. Viertes Saisontor. Und Digita. Fünftes Saisontor. Schön. Und 6 zu 0 Chancen insgesamt. 2 zu 0. Das Endergebnis. Ja. Perfekt. Jetzt sind wir punktgleich mit dem zweiten und dritten. Das sieht sehr gut aus. Ob wir hier direkt den Durchmarsch in die zweite Liga schaffen könnten, weiß ich nicht. Dürfte knackig werden. Wahrscheinlich wird zum Ende der Saison auch dann der Kader recht erschöpft sein. Weil ich glaube schon, dass das ziemlich schlauchend ist hier. Und so viele Rotationsmöglichkeiten haben wir nicht. Aber egal. Wir werden sehen. Wir geben unser Bestes. Sieht ja bis jetzt ganz gut aus. Ich würde sagen, das reicht erstmal für diesen Teil. Elfter Spieltag. Ich bin gespannt, wie es gegen Darmstadt weitergeht. Die sind auch im Mittelfeld. Müssten wir eigentlich auch bezwingen können. Werden wir dann im nächsten Teil sehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.